Jeder Catworker, der mit Layout-Dateien für die Planausgaben arbeitet, weiss, dass das Anlegen und Aktuellhalten der Material-Schraffur-Beziehung viel Fleiss erfordert. Aus diesem Grund haben wir in der Version 30 die Möglichkeit geschaffen, Schraffuren für die Planausgaben direkt im Materialdialog zu definieren. Ich öffne den Materialdialog. Zuerst noch etwas zur Registerkarte Kennwerte. Hier habt ihr neu die Möglichkeit unter Sichtbare Kennwerte zu definieren, welche sichtbar sein sollen. So kann ich zum Beispiel Schubmodul WUMINUMAX ausschalten, damit diese nicht mehr ersichtlich sind und so die Anzeige je nach Bedürfnis zu reduzieren. Oben befindet sich nun die neue Registerkarte Visualisierung. Die Registerkarte ist zweigeteilt. Auf der linken Seite befinden sich die Vorschauen und auf der rechten Seite das Modifizieren der jeweiligen Typen. Wir beginnen mit der Textur. Ich wähle die Textur an, kann eine beliebige Textur auswählen. Wir zeigen hier, wenn vorhanden, neu alle drei Schraffuren an. Dies ist vor allem bei den Schichtplatten mit den verschiedenen Texturen für Längs- und Querseite interessant. Ich wähle mir eine solche aus, kann unten das Vorschaubild für Stab oder Platte anpassen. Im zweiten Schritt kann ich hier wie bisher eine Schraffur Farbe wählen. Ich möchte diese leicht angrauen. Das Vorschaubild wird dann gleich angepasst. Ich kann eine Transparenz definieren und die bisherigen Funktionen fürs Ausrichten und das Zoomen. Gleich darunter finden wir die Definitionen für die Planausgaben. Im Bereich Linien unterscheiden wir die sichtbaren und verdeckten Linien. Hier kann ich diese aktivieren und die Farbe auswählen. Hier haben wir die Möglichkeit die Farbe des Bauteils zu übernehmen. Dann wird der Rest ausgegraut. Für die, die die Leerdateien kennen, war das die Farbe 256 oder eine benutzerdefinierte Farbe. Ich kann hier aus den Standardfarben auswählen. Wir haben die Möglichkeit RGB-Farben zu definieren und neu auch aus dem RAL Farbkatalog zu wählen. Eine Farbe kann ich mit Doppelklick oder mit Anwählen und Übernehmen auswählen. Rechts davon befindet sich die Liniendicke, darunter der Linientyp und für die gestrichelten Linien den Faktor. Dasselbe für die verdeckten Linien. Darunter haben wir die Schraffurdefinitionen für die Ansichten wie zum Beispiel eine Axonometrie. Wir finden links die Definition für den Querschnitt und rechts für die Ansichts- und Schmalfläche. Auch hier finden wir im oberen Teil die Definition für die Linien gleich wie im oberen Abschnitt. Zusätzlich haben wir hier die Möglichkeit eine Schraffur zu definieren. Ich kann eine Hintergrundfarbe wählen oder bei Bedarf auch einen Farbverlauf bestimmen. Das gleiche finden wir unten für die Schnitte. Auch hier finden wir eine Querschnittsdefinition und eine Definition für die Längsschnitte. Und zu guter Letzt noch die Textdefinition für die Beschriftungen. Hier finden wir Definitionen für den Fond. Die Texthöhe. Das Verhältnis Breite zu Höhe. Ich kann wählen, ob der Text fett und kursiv ist. Ich finde wiederum die Farbauswahl. Ich kann eine Text Hintergrundfarbe definieren. Hier finden wir auch einen Unterschied zum bisherigen Modifizieren im 2D. Das Text undurchsichtig machen wir neu mit der Hintergrundfarbe. Wir nutzen neu die Farbe 256 für Weiss oder keine Farbe und können so einen Text mit 100% Weiss hinterlegen, damit farbige Flächen überdeckt werden. Unter Rahmen habe ich eine Auswahl von Unterstrichen, Doppeltunterstrichen, Rechteckige oder Rundebox. Ich kann ebenfalls die Rahmenfarbe definieren und den Strichliertyp. Für diese Visualisierungsdefinitionen ist es möglich, auf der linken Seite mit Shift und Control auch eine von bis respektive eine Mehrfachselektion zu machen. Ich kann auch im rechten Bereich mehrere Flächen mit Control auswählen und gleichzeitig modifizieren. Im linken Bereich kann mit einem Rechtsklick das Kontextmenü geöffnet werden. Hier kann ich diese Visualisierungseinstellungen kopieren und auf ein anderes Material übertragen. Damit ich meine bisherigen Einstellungen aus den Layout-Dateien nicht alle händisch hier im Materialdialog nochmal einpflegen muss, finden wir unten die Option Import Schraffuren. Damit öffnet sich das Verzeichnis, wo die Layout-Dateien für das Ausgabelement liegen, kann man eine Layout-Datei wählen und alle in der Layout-Datei angelegten Materialien werden den zugehörigen Materialnamen im Material zugeordnet und deren Visualisierungseinstellungen angepasst. Die Einstellungen aus dem Materialdialog stehen uns aktuell für die Planausgaben, Ausgabelement und Contain-Element, 2. Ausgabe mit Komma, Doppelpunkt und Semikolon zur Verfügung. Bei Ausgabelement und Container muss ich hier in der Registerkarte Voreinstellungen die Option Schraffuren-Linienvorlagen aus dem Materialdialog nutzen aktivieren. Diese ist standardmässig nicht aktiviert und somit standardmässig auch noch der Weg über die Layout-Datei definiert. Auch bei den Komma-, Doppelpunkt- und Semikolon-Ausgaben muss ich die Option zuerst setzen. Nutze nun hier die Komma-Ausgabe und profitiere auch bei dieser von der neuen Definition im Materialdialog. Sehe nun hier, dass die Definition für die Fassadenschalung noch nicht optimal ist. Diese wird standardmässig noch mit Farbe gemäss 3D ausgegeben. Ich kehre zurück in den Materialdialog, wähle das Material für die Fassadenschalung aus, möchte für alle Flächendefinitionen dieselbe Einstellung nutzen. Ich wechsle hier auf Benutzerdefinierte Farbe, wähle eine RGB-Farbe, möchte hier etwas mehr Grauton, OK, bestätige, wechsle hier noch auf 80%, wechsle oben die Liniendefinition noch auf schwarz, kopiere nun diese Einstellung noch auf die Eckprofile der Fassade, bestätige den Dialog und exportiere erneut mit dem Komma und erhalte so eine saubere Ausgabe, auch mit dem Komma. Wir hoffen euch mit dieser Neuigkeit das Arbeiten mit den Planausgaben vereinfacht zu haben. Wechsle hier auf, Untertitelung des ZDF, 2020